Ihr habt gerade mit eurem eigenen YouTube-Kanal begonnen und der will einfach nicht wachsen? Lasst euch nicht unterkriegen, wir ändern das gemeinsam. Hier kommen 18 Einstellungen, welche euren Kanal nicht weiter ausbremsen, sondern wachsen lassen. Bleibt bis zum Ende dran, es kommen ein paar Einstellungen, welche richtige Gamechanger sind und euren Kanal abheben lassen. Lasst uns direkt loslegen. Einstellung 1. Als erstes gehen wir in unserem Dashboard auf Anpassen und Branding. Wir wollen unseren Kanal natürlich interessanter machen für Zuschauer und ihn dazu bringen, uns zu abonnieren und unsere Videos anzusehen. So ein leerer Kanal ohne Branding sieht auch langweilig aus. Also fügen wir einen Kanalbanner und Profilbild hinzu. Außerdem fügen wir ein Wasserzeichen ein. Wir nehmen hier ein Logo, was aussieht wie ein YouTube-Zeichen zum Beispiel und lassen das ganze Video lang anzeigen. Wenn ihr kein Logo habt, dann geht zum Beispiel auf Pixabay und sucht euch nach YouTube-Logos 1 raus und ladet das kostenlos runter. Achtet darauf, dass es viereckig ist. In dem Video sieht es dann so aus, wenn jemand draufklickt und er hat dann erneut die Möglichkeit, euren Kanal direkt zu abonnieren. Also noch eine Möglichkeit, euren Kanal schneller wachsen zu lassen. Das erste, was auf dem Kanal ein Zuschauer sieht und angezeigt wird, ist das hier. Wir gehen auf Kanal Anpassung, allgemeine Informationen und schreiben in die Beschreibung etwas für die Zuschauer. Auch hier können wir ChatGPT benutzen, eine Beschreibung für unseren Kanal ausgeben lassen. Gebt einfach ein, gebt mir eine Beschreibung für einen YouTube-Kanal in 100 Wörtern über Online-Geld verdienen. Was euch gefällt, könnt ihr dann nehmen und in eure Kanalbeschreibung posten. Das taucht dann direkt auf der Startseite auf und langweilt eure Zuschauer nicht. Als nächstes ein Tipp, welcher euch bei dem Kanalwachstum helfen kann. Wir gehen wieder auf meinen Kanal und kopieren unsere URL. Hier öffnen wir zum Beispiel ein Google Docs Dokument und kopieren den Link hier rein. Wir schreiben dahinter? Sub-Confirmation gleich 1. Wenn jetzt jemand auf diesen Link klickt, dann wird er wieder auf unseren Kanal geleitet und kriegt diese Meldung und kann unseren Kanal direkt abonnieren. Bist du sicher, dass du Karrierehelfer abonnieren möchtest? Das soll einfach helfen, unseren Kanal einfacher zu abonnieren, wenn jemand auf unserer Kanalseite ist und kein Button für direkt abonnieren angeboten wird. Damit dieser Link auch sichtbar wird, gehen wir hier auf Kanaleinstellungen, allgemeine Informationen, scrollen runter zu den Links und geben das bei URL ein. Schreibt einfach bei Linktitel rein, abonnier uns und dieser taucht dann oben auf unserer Kanalseite auf. Als nächstes gehen wir wieder in YouTube Studio auf Videodetails. Wir scrollen ganz runter auf mehr und scrollen zum Punkt im Abo-Feed veröffentlichen und Abonnentenbenachrichten. Bei bereits hochgeladenen Videos ist das Feld ausgegraut, aber wenn ihr ein neues Video hochladet, könnt ihr das deaktivieren. Wir machen zum Beispiel Videos über Homeoffice-Jobs. In einem unserer neuen Videos wollen wir mal etwas anderes versuchen und machen etwas zum Thema YouTube-Kanal erstellen und monetarisieren. Also wird mit dieser Einstellung unser Video zu einem YouTube-Kanal plötzlich Abonnenten vorgeschlagen, welche sich aber nur vor Homeoffice-Jobs interessieren. Diese schauen vielleicht ein paar Sekunden das Video, klicken dann weg, weil es für sie langweilig ist. Und das beeinflusst den YouTube-Algorithmus negativ, dass das Video niemand mehr vorgeschlagen wird. Deswegen deaktivieren wir hier die Box, bevor wir ein neues Video veröffentlichen. Jetzt wird das neue Video zwar nicht mehr direkt allen Abonnenten vorgeschlagen, aber der YouTube-Algorithmus schlägt das Video nun anderen potenziellen Zuschauern vor, welche das Video gerne sehen und nicht wegklicken. Das Video wird deutlich mehr Aufrufe bekommen, aber das kann ein paar Tage länger dauern als üblich. Als nächstes geht ihr wieder in YouTube Studio, links auf eure Inhalte und klickt irgendein beliebiges Video in Details an. Scrollt runter auf Zielgruppe. Wir schauen auf die Altersbeschränkung. Möchtest du dein Video nur für Erwachsene zugänglich machen? Wir müssen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern unsere Videos speziell kennzeichnen. Kinder werden prinzipiell bis unter 13 Jahren betrachtet, gerade in den USA. Also alles, was nicht direkt auf Kinder ausgerichtet ist, kann mit Strafen, gesetzlichen Tore oder Sanktionen auf YouTube einhergehen. Ebenso kann die Einstellung auf die Monetarisierung unseres Kanal negativ Auswirkungen haben. Daher wählen wir hier Nein, es ist nicht speziell für Kinder. Außerdem klicken wir bei Altersbeschränkung erweitert an. Nein, mein Video soll nicht nur für Zuschauer ab 18 Jahren zugänglich sein. Damit sagen wir, dass keine Gewalt oder ähnliches zu sehen ist. Auch hier sind falsche Angaben mit einer Monetarisierungssperre möglich. Wir bleiben auf der Seite und gehen zum Thema automatische Kapitel. Wir werden das automatische Kapitel und wichtige Momente erlauben deaktivieren. Und zwar kann YouTube nicht besonders gut automatische Kapitel erstellen. Damit wir die Zuschauer nicht in die Öre führen oder etwas falsch kennzeichnen bekommen, machen wir das einfach selbst. Hierfür gehen wir einfach in unser Beschreibungsfeld und starten mit 0000 Einführung oder Intro. Wenn ihr einfallsreicher seid, bitte. Dann geben wir den nächsten Zeitstempel ein, zum Beispiel bei einer Minute 15 mit den nächsten Kapiteln und so weiter. Damit ihr nicht immer zwischen den Videos springen müsst, könnt ihr auch einfach rechts oben das Video laufen lassen und links in der Beschreibung den Zeitstempel eintragen. Jetzt ist das zwar noch schwarz, aber wenn wir das abgespeichert haben und erneut in das Video gehen bei YouTube, dann ist das blau und wir sehen hier schon die Unterteilung unserer Videos im Kapitel. Wenn wir die Kapitel jetzt auch noch mit aussagekräftigen und viel gesuchten Text bezeichnen, werden diese zum Beispiel auch außerhalb von YouTube bei Google zur Suche angezeigt und wir können viel mehr Klicks bekommen. Wir bleiben in den Videodetails und gehen zum Punkt automatische Kapitel, bei dem wir gerade wahren und deaktivieren empfohlene Orte. Wenn wir nicht wollen, dass YouTube angeht, wo wir das Video erstellt haben und wo wir das hochgeladen haben, dann wird das deaktiviert, das geht schließlich niemandem etwas an. Wir deaktivieren darunter auch automatische Konzepte erlauben, dass eine Testfunktion, welche ungefragt Videobeschreibungen hinzufügt und den Zuschauern anzeigt, auch das wollen wir nicht. Die nächste Einstellung, wir bleiben bei den Kanalanpassungen und packen bei Videospotlights ein Video als Kanaltrailer rein, was euch gut präsentiert und beliebt bei den Zuschauern ist. Kommt jetzt ein Zuschauer auf unsere Kanalseite, dann beginnt direkt das Video zu laufen und kann dem Zuschauer einen positiven ersten Eindruck einbringen. Also wählt hier ein gutes Video aus. Außerdem wählen wir noch ein hervorgehobenes Video für wiederkehrende Abonnenten aus, was denen dann angezeigt wird. Die nächste Einstellung, aufgepasst, Game Changer. Ihr geht auf euer Dashboard, auf Einstellungen, ganz unten auf Kanal, Verfügbarkeit der Funktion. Bei den Einstellungen auf zwei Funktionen mittlerer Stufe füllt ihr die geforderten Verifikationsschritte aus und aktiviert das. Das erlaubt euch, längere Videos als 15 Minuten hochzuladen und jetzt kommt es, benutzerdefinierte Subplates hochzuladen. Wer will schon auf so ein automatisch generiertes Bild auf einem eurer Videos klicken, anstatt auf eins, was ihr selber erstellt habt und was euer Video gut präsentiert. Die nächste Einstellung. Wir bleiben in der Kanaleinstellung, gehen auf allgemeine Informationen und geben unser Wohnsitzland an. Besonders schlaue Leute denken jetzt, ich gebe USA an, weil ich ja mehr Zuschauer bekomme und mehr Geld mit den Klicks verdiene auf meinem Kanal. Aber nein, genau das Gegenteil. Ihr bekommt weder mehr Geld, stattdessen bekommt ihr Probleme mit der Steuerabrechnung und falls ihr Monetarisierung im Kanal habt, kann das auch Probleme bedeuten. Die nächste Einstellung, wieder aufgepasst. Wir bleiben in den Videodetails, scrollen runter zur Lizenz. Standardmäßig ist YouTube-Standard-Lizenz eingestellt. Das bedeutet, eure Inhalte dürfen nicht einfach so weiterverwendet werden. Das kann euer Wachstum behindern. Wir werden das auf Creative Commons Lizenz Namensnennung ändern. Und jetzt kann jeder unsere Videos verwenden, wenn jemand, der viel mehr Klicks hat als wir, unser Video verwendet und ein großes Publikum hat, dann wird das gekennzeichnet mit unserem Namen. Das kann eine bessere Werbung für uns sein, eine kostenlose bessere Werbung sein, von jemand anders promotet zu werden. Außerdem können wir direkt schauen, was der Creator, welcher unsere Videos verwendet, besser macht als wir und von ihm lernt, um auch unsere Videos zu verbessern und mehr Klicks zu bekommen. Als nächstes gehen wir wieder zur Einstellung Kanal bei allgemeinen Informationen und geben Keywords zu unserem Kanal an. Wenn ihr nicht wisst, welche Keywords gut sind, könnt ihr auch zu ChatGPT gehen und sagen, gib mir Keywords in Deutsch zum Thema Online-Geld verdienen. Diese könnt ihr dann da reinpacken und stellt sicher, dass ihr auch euren Kanalnamen mit erwähnt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus leichter, euren Kanal zu finden und Zuschauern eure Videos vorzuschlagen. Die nächste Einstellung. Wir gehen wieder zu Standard-Einstellungen für Uploads und dann allgemeine Informationen. Stellt euch vor, ihr habt die Sichtbarkeit öffentlich. Ihr ladet ein Video hoch in 4K, was eine große Größe hat und die Verarbeitung läuft. Die Verarbeitung läuft eine Weile, weil YouTube das erstmal verarbeiten muss. Eure Abonnenten sehen, dass ihr ein Video gepostet habt, wollen es direkt anschauen, aber die Verarbeitung läuft noch. Alles, was die Zuschauer also sehen, ist böse verpixeltes Video und werden sich ärgern und wegklicken. Also vermeidet das und geht direkt auf Nicht-Gelistet. Macht alle Einstellungen und Beschreibungen und Text später, wenn ihr soweit seid und gebt dann die Sichtbarkeit auf Öffentlich, wenn ihr soweit seid. Als nächstes gehen wir wieder auf Videodetails, gehen auf ein beliebiges Video und scrollen runter. Hier werden bei Short-Remixe wieder Remixe von Video- und Audio-Inhalten erlauben. Das hier ist wieder kostenlose Werbung für unseren Kanal und unsere Videos, falls jemand unsere Videos und Inhalte verwenden möchte. Außerdem wählen wir bei Kategorie etwas für unser Video aus. Damit kann der YouTube-Algorithmus unsere Videos besser einordnen und Zuschauern vorschlagen. Wir nehmen hier zum Beispiel bei den ganzen Kategorien praktische Tipps und Styling. Styling klingt zwar erstmal abwegig, aber genau das ist das richtige Detail für die Kategorisierung, um unsere Videos ordentlich einzuordnen. Als nächstes, wenn wir uns einen Vorteil verschaffen wollen, wenn unsere Videos gepostet werden sollen, wir gehen zu Analytics. Wir gehen auf Zuschauer und schauen, wann unsere Zuschauer am meisten aktiv sind. Wir sehen hier das meiste, dunkle Lila zum Beispiel, wann unsere Zuschauer aktiv und online sind und die meisten Videos von uns schauen. Es sieht so aus, als wäre das zum Beispiel bei uns Montag und Freitag zwischen 17 und 22 Uhr. Also wenn wir unsere Videos in diesem Zeitfenster online stellen, können wir davon profitieren. Wir können zum Beispiel in ein Video, was noch nicht veröffentlicht wurde, auf Sichtbarkeit gehen. Wir gehen auf Veröffentlicht-Zeitpunkt festlegen und eine Zeitspanne entsprechend eintragen. Damit viele Zuschauer das Video direkt sehen können und den YouTube-Algorithmus positiv beeinflussen können. Als nächstes gehen wir wieder auf Video und wählen Abspann aus. Hier könnt ihr am Ende eines Videos euren Zuschauern mehr Videos vorschlagen, die sie schauen sollen. Idealerweise wählt ihr Videos aus, welche zum Thema passen und gut bei den Zuschauern ankommen. Ihr könnt auch aus Vorlagen wählen und aus Playlists mit angeben. Das bringt euren Videos auf jeden Fall ein paar mehr Klicks ein. So, habt ihr einen neuen Kanal erstellt und wenig Inhalt, dann sieht das ziemlich langweilig aus auf eurem Kanal. Das wollen wir ändern. Wir gehen auf Kanal, auf Kanal-Anpassung und können hier Kanal-Abschnittsempfehlungen eingeben. Standardmäßig werden hier oben kurze Videos angezeigt, weil diese gerade bei YouTube voll im Drenzeln wegen dem ganzen Thema mit TikTok und so weiter. Wir gehen hier auf Abschnitt hinzufügen und können unseren Kanal etwas gliedern. Wir nehmen zum Beispiel beliebte Videos ganz nach oben und schieben kurze Videos ganz nach unten. Das kann dann so aussehen. Zum Schluss die letzte Einstellung. Hier kommt nochmal ein richtiger Gamechanger für euch. Fügt in eure Videos als Kommentar ein anderes Video ein. Zum Beispiel schreibt ihr, schaut als nächstes dieses Video an und postet das Video rein. Ihr könnt das anpinnen, aber wir posten jetzt nicht irgendein Video, sondern jetzt kommt der Trick. Wir gehen auf unsere Playlist, in dem das Video vorkommt. Über YouTube Studio, Playlists, auf YouTube ansehen. Dann öffnet sich die Playlist. Wir kopieren jetzt die Video-URL aus der Playlist und sehen am Ende eine Indexnummer. Wenn jetzt jemand das Video anschaut, dann werden nicht bunt gemixt als nächstes Videos von anderen YouTubern vorgeschlagen, sondern alle anderen Videos aus unserer Playlist, was die Zuschauer auf unserem Kanal und Videos hält. Das beeinflusst unsere Session-Time im YouTube-Algorithmus sehr positiv. Wir sind gespannt, was ihr davon wusstet und was euch weiterhilft. Lasst uns gerne in den Kommentaren da, was ihr davon haltet und ob ihr noch mehr solche Tricks und Tipps habt, welche wir das nächste Mal mit einfließen lassen können. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.